Ihr müsst nicht zaubern können, um eure Snacks ins Kino zu schmuggeln. Schaut einfach unser Video! Hier ist alles sauber. Was ist das? Trinkt er sein Pizza? Junger Mann, damit können sie nicht ins Kino. Oh nein, du hast es falsch verstanden. Das ist für dich. Falls du mal Hunger bekommst. Hier, für mich? Das ist nett von dir. Guten Appetit! Mh, lecker! Es sieht so aus, als ob die Pizza so lecker ist, dass unser Sicherheitsmann nicht mehr aufpasst. Lass dir Zeit, sie ist heiß. Mh, riecht gut! Ja! Jetzt können Chris' Freunde ihre Snacks genießen, während sie den Film gucken. Nimm das! Ich werde gehen! Der Film fängt an! Ein toller Tag! Ich nehm was! Nein, meins! Hier sind die Tickets! Okay, alles klar! Mein Ticket! Danke! Hm, was für ein Geruch! Bin ich das? Hm, darf ich? Nimm die Hände weg! Tu mir leid! Was glaubst du, hm? Geh rein! Aber woher kam der Geruch? Ah, das war knapp! Es riecht nach Hähnchen! Endlich mein Snack! Hey! Schatz, willst du? Mh, lecker! Schon gut! Ich hab noch mehr! Willst du? Nein, danke! Können sie mir die Nummer meines Sitzes sagen? Fünfte Reihe, Sitz 8! Danke! Manchmal kommen sogar Spielfiguren mit! Du kannst nicht rein! Warum? Essen verboten! Du stehst mir im Weg! Ich hab keine andere Wahl! Was tun sie da? Ich muss dich töten, um zu gewinnen! Das ist genug! Bitte geh! Na gut! Was für eine Spinnerin! Genießen Sie den Film! Und denk dran! Kein Essen mitbringen! Mein Ticket! Können Sie sich kurz umdrehen? Muss ich das? Na gut! Na gut! Aha! Verlass das Theater! Nein! Ich hab eine Idee! Hallo! Ich möchte ein Vorstellungsgespräch für eine Sicherheitsposition! Danke! Ich bin gleich da! Ja! Hier ist alles in Ordnung! Hey Mann! Das ist für dich! Ich? Ich höre! Was? Das können sie mir doch nicht antun! Du darfst gehen! Das ist unfair! Mein Plan hat geklappt! Hallo! Kommt rein! Von nun an kann nichts mehr Chris davon abhalten, seine Snacks im Kino zu haben! Mh! Es riecht gut! Du kannst hier drin nicht essen! Im Gegensatz zu mir! Könnt ihr euch bitte schneller bewegen? Wo ist Chris? Wow! Gut aussehend! Hi! Sorry! Hab's eilig! Will den Film gucken! Vielleicht können wir zusammen? Nein! Lass mich los! Wie schade! Oh wow! Chris! Hast du mir Blumen gekauft? Danke Liebster! Gern geschehen! Mein Schatz! Hier sind die Tickets! Chris! Du bist so ein guter Freund! Danke dir! So ein schönes Paar! Genießt euren Film! Ah! Junge Liebe! Ja! Hol ihn dir! Schatz! Was? Probier mal! Lecker! Kann ich auch eins? Ah! Nimm schon! Ich esse alles andere! Diese Poster sind so langweilig! Ich würde was Lustigeres haben! Hä? Was? Ich habe eine Idee, wenn man dieses Filmplakat interessanter macht! Zeig mir dein Ticket! Wozu brauchst du diese? Darf ich mal? Nein! Das ist eine persönliche Sache! Jetzt gib sie mir! Na gut! Welchen dieser Lifehacks würdest du probieren? Schreib es uns unten in die Kommentare! Hat das Mädchen Essen in der Palette? Was für ein naiver Sicherheitstyp! Entschuldigung! Können Sie mich zeichnen? Sind das Käse-Palmies? Du Lügnerin! Raus hier! Hallo! Oh! Hinreißen! Ähm! Haben Sie irgendwelche verbotenen Dinge? Natürlich nicht! Was kann ich schon hier reinpacken? Okay? Na gut! Komm rein! Wow! Sie ist schön! Ist das ein Model hier neben mir? Hat sie es geschafft, Essen reinzuschmuggeln? Oh! Der Sicherheitstyp hat mir alles weggenommen! Mh! Lecker! Willst du? Ich? Ja! Gerne! Danke! Alles klar! Komm rein! Dachtest du, du könntest mich austricksen? Das kommt direkt in den Müll! Das sind unsere Tickets! Aber warum drei? Oh! Ihr seid schwanger! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Okay! Hallo! Oh! Das falsche Ding! Hier! Du kannst kein Essen reinbringen! Komm! Keine Tricks! Ach! Dieser Film ist so traurig! Ich bin durstig! Es war schlau, das mitzunehmen! Schatz? Du bist also nicht schwanger? Darf ich was? Mh! So lecker! Ist die schon leer? Ich hätte mehr mitnehmen sollen! Komm rein! Denk dran! Kein Essen! Hier ist mein Ticket! Oh! Ein elegantes Mädchen! Viel Spaß! Danke! Sieht aus, als hätte ich's geschafft! Ich hab nichts Verbotenes! Alles klar! Komm rein! Er hat mir ein Kompliment gemacht! Wie interessant! Es ist Zeit für einen Snack! Oh! Es ist nützlich, lange Haare zu haben! So lecker! Entschuldigung! Würdest du mit mir teilen? Klar! Nimm! Miss! Kein Essen bei uns im Kino! Ich muss das nehmen! Gut! Bitte nimm sie mein Ticket! Namaste! Komm rein! Kumpel! Kannst du aufhören? Oh, hi! Namaste! Niemand guckt! Hm, meine Verkleidung! Nimm was! Bedien dich! Diese neue Haarfarbe steht dir so gut! Hallo! Das ist mein Ticket! Also, ich seh gar nichts Verdächtiges! Und das ist meins! Sieht komisch aus! Das ist nur ein Ring! Das ist jetzt Mode! Na gut! Komm rein! Danke! So naiv! Pass mehr auf! Essen ist verboten! Nimm die Mütze ab! Das war's! Du kannst gehen! Hallo! Meine Haare! Steht dir gut! Genieß den Film! Nächster! Das war einfach! Der Kontrolleur hat nichts geahnt! Jetzt kann ich meine Snacks essen! Lecker! Das will ich auch probieren! Sieht lecker aus! Was hast du getan? Meine armen Haare! Tut mir leid! Ja, alles gecheckt! Wer bist du? Ich bin ein Detektiv! Ich bin auf der Suche nach einem gefährlichen Verbrecher! Er könnte hier sein! Wovon reden Sie? Lassen Sie mich rein! Du behinderst meine Ermittlung! In Ordnung! Na mal sehen! Hey! Handy weg! Wo ist mein Ausweis? Ah, ich hab ihn! Jetzt wird er zu einem leckeren Nutella-Sandwich! Du kannst hier nicht essen! Ja? Und was willst du dagegen tun? Ah! Unhöflich! Ich gehe! Das ist mir egal! Hey! Beeil dich! Okay? Das ist eklig! Komm rein! Hallo! Das sind meine heiligen Blumen! Es ist ein Apfel! Sie bringt mir Glück! Also trage ich sie bei mir! Dann wird sie hier auf dich warten! Dein Ticket! Komm rein! Was für ein verrückter Tag! Er hat mir vielleicht meine Blume genommen! Aber ich hab noch den ganzen Topf! Ich hab noch den ganzen Topf! Mmmh! Oreo! Lecker! Hat euch das Video gefallen? Dann liked es! Abonniert den Kanal! Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren! Tschüss!